Die Indy-C ist in lauer Stellung, aber nicht notwendigerweise wirklich in bester Stimmung für Käufe. Wir wollen uns das Ganze mal angucken und beginnen mit dem Nasdaq 100 hier in Form eines Futures. Das ist das, was man als Händler gerne anguckt, denn da sind auch die außerbörslichen, also die außerhandelszeitlichen Kurse mit dabei. Wenn wir uns den Nasdaq noch mal ganz grob angucken, wir haben unsere Zielzone hier erreicht. Noch mal ganz kurz, ich hatte sie ganz häufig schon erwähnt, deshalb nur grob 12.600. Die Oberseite grob, das ist also wirklich jetzt nicht genau, 12.300. Die Unterseite, da sind wir reingelaufen. Ihr seht, man kann das hier noch andeutungsweise sehen durch diesen Trendkanal und da wird jetzt eben überlegt, ob die Marktteilnehmer wirklich Bock haben auf Kaufen oder ob sie es nicht tun und vorläufig aktuell sieht das erstmal nicht so aus. Das zeigt sich zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, nämlich immer dann, wenn es starke Abwärtsbewegungen gibt und irgendwas wackeliges oder dreiwelliges nach oben. Ihr seht das, das geht übrigens in alle Richtungen. Also wenn ihr auch hier die Abwärtsseite von da nach da, das ist der höchste Punkt, der tiefste Punkt, das ist dreiwellig. Dementsprechend ist das die Fortsetzung, also spätestens wenn er dadurch ist, dass das sich da hinten noch mal eben, naja, erweitert ungefähr auf gleiche Menge oder gleiche Höhe. Das wäre einigermaßen normal. Ihr seht, das ist regelmäßig so, schaut immer, was die starken Seiten sind, was die schwachen Seiten sind und dann habt ihr so eine grobe Idee, was passiert. Das ist jetzt in dem Fall nicht eins zu eins. Da muss man sich die Frage stellen, ist das die erste Korrektur oder nicht. Das ist jetzt mal Feintuning, aber wir haben zumindest mal eine Richtungsentscheidung. Bis in die kleinste Zelle würde ich im Moment sagen, ist die stärkere Richtung eher die Abwärtsseite und die Aufwärtsseite ist, boah, ja, mit Mühe und Not so ungefähr. Ja, also egal, ob ihr das hier im 5-Minuten-Chart seht, ob ihr das ein bisschen größer, hier von mir aus auch im 4-Stunden- oder Stunden-Chart, 15 Minuten euch hier anguckt, die Abwärtsseite ist irgendwie immer noch stärker als die Aufwärtsseite und das zeigt, dass die Nasdaq-Anhänger im Moment noch nicht so richtig den Dreh gefunden haben für Käufe. Das mag sich heute ändern, das will ich gar nicht abstreiten, aber zu sehen ist es derzeit noch nicht. Die nächste Chance, die sich vielleicht einige ausmalen, ist ja schon nicht weit. Wir haben einige Zwischenhochs hier. Das Zwischenhoch vom 27. Juli, 8 Uhr, ungefähr 260, also 12.260 und dann haben wir es 8. Juli nachmittags bei 200 in etwa. Also hier haben wir zumindest mal eine realistische Chance, dass der Kurs mal Einhalt hat. Vielleicht ist das auch der Grund, warum der Vortrieb nachlässt. Also hier war es ja noch relativ stark und jetzt wird das immer zögerlicher, aber eben noch nicht bullisch. Wer sich auf die Kaufenseite schlagen will, ich bin großer Freund davon, lass die anderen den Anfang machen. Nicht vorweg galoppieren und sagen, ich weiß was, ich weiß eh besser, was passiert, sondern lass die anderen etwas machen. Das könnte derart aussehen, dass wir vielleicht heute Nachmittag mal umgekehrt die Aufwärtsseite steil haben und wenn wir dann was Wackeliges haben, dann haben wir zumindest mal eine realistische Chance, so wie ich das hier gezeichnet habe, dass sich das nochmal fortsetzt. Ob es dann von dort weiter geht, ist immer dann die nächste Frage. Aber wenn ich hier irgendwo einsteige und der Kurs bis dahin schon mal gelaufen ist, habe ich ja schon mal eine Chance, dass ich da den Stop nachziehe. Also ihr seht, worauf das in etwa hinausläuft. Aktuell würde ich in diesem Moment, wenn ihr mich fragt, kaufen oder verkaufen, eigentlich weder noch kaufen. Ich sehe keinen Grund, jetzt in dieser Situation zu kaufen. Wir hätten ja sogar noch bis zur Unterstützung. Naja, bis zur Unterstützungszone ist es nicht mehr weit. Also verkaufen finde ich jetzt auch nicht mehr sexy. Dafür ist der Abwärtsdruck einfach nicht mehr groß genug. Also ich würde jetzt nicht mehr auf verkaufen, direkt oberhalb einer Unterstützung an oder oberhalb der Unterstützung. Das finde ich jetzt auch nicht so den Burner. Aber jetzt schon long zu gehen, vorauseilend, ohne zu wissen, ob der Markt nicht doch nochmal sagt, naja komm, hier ein bisschen was geht noch, finde ich nicht smart. Also, viele wünschen sich dann, ja dann sag mir doch ein Level, aufgrund dieser oder dieser Marke soll ich dann kaufen, finde ich alles nicht so gut, ganz ehrlich. Warum finde ich das nicht so gut? Also wenn ich was als Einstieg, dann hier wieder irgendwo. Denn das wäre quasi für diese gesamte Abwärtsbewegung dann wieder eine Dreiwelligkeit und dann wäre hier der Einstieg, wer es nicht weiß, der 25. Juli ungefähr bei 12.500. Ist nur hässlich weit weg. So lange wartet man ja nicht gerne. Muss man ja auch nicht. Also wer groß unterwegs ist, im 4-Stunden-Chart oder was weiß ich was, der findet die Marke vielleicht ganz okay. Dann tatsächlich mit Chancen, das hier nochmal zu sehen und drüber hinaus. Die obere Marke ungefähr 12.700. Aber der Früheinstieg für die Nachmittagsaktiven von euch, wenn der Markt sowas in der Richtung macht, dann ist ja das Bild wieder umgekehrt. Nämlich die starken Seiten nach oben. Also die Chance besteht, auch aufgrund der Unterstützung. Ich sehe es aber noch nicht. Ich fände es zu früh gezuckt, wenn man da jetzt schon mitmachen wollte. Das Gleiche ist, ist es wirklich das Gleiche? Naja, wir haben ja auch beim S&P 500 hier ebenfalls im Future-Kontrakt diese Zone hier, die ich ja mehrfach jetzt erwähnt habe, erreicht. Wir könnten noch ein bisschen höher, keine Frage. Generell ist aber hier ebenfalls die starke Seite eigentlich relativ nach unten. Also ich würde das mal so halbwegs ähnlich auffassen beim S&P, wie ich beim Nasdaq das eben gesagt habe. Lasst euch das erstmal zeigen. Das ist wie in einem guten Laden. Können Sie mir das nochmal einmal zeigen? Und wenn die Marktteilnehmer das hier euch zeigen und dann nur Schwäche auf der Abwärtsseite dann einsteigen, jetzt hier pauschal einfach irgendwie mal Blindflugaugen zu halten, wird schon, finde ich nicht so super. Ehrlich gesagt, insbesondere nicht, wenn wir hier in so einer Zone sind. Insbesondere nicht, wenn der Markt nach unten im Moment die steileren Bewegungen hat, nach oben die dreiwelligen oder die mehrfach wackeligen Bewegungen, egal wie klein oder groß ihr das Ganze auffasst. Dazu finde ich das Risiko auch, dass wir auch hier die Unterstützung nochmal angehen. Die ist dann hier beim S&P 500 Future ungefähr, zumindest mal aus den Zwischenhochs, die wir hier jetzt mal haben. Und die sind ja nicht ganz abwegig. Das läge ungefähr in der Zone 3925, sagen wir mal, bis 3910. Vielleicht noch ein bisschen tiefer hier irgendwo so in der Ecke. Fibonacci mag der eine oder andere da ebenfalls nochmal ins Kalkül ziehen. Also ihr seht schon, also irgendwas hier wäre auch alles andere als irgendwie auffällig. Zumal ihr ja wisst, dass eigentlich sogar ein Rücksetzer gerne auch bis 61,8 läuft. Das wäre 3835 in etwa. Das muss nicht so weit jetzt runtergehen, aber irgendwo dahin, ich weiß es nicht. Jetzt da auf die Kaufseite. Ich finde es doof. Also ihr seht, ich bin mäßig begeistert von Käufen in diesem Moment. Das mag sich sofort drehen, wenn der Markt Stärke zeigt. Und wenn ihr jetzt sagt, ist das nicht schon Stärke? Nee, Stärke sieht überlappungsfrei aus. Und wenn ich mir das angucke, von hier bis hier Aufwärtsbewegung. Ja, Gegenbewegung. Ja, das ist falsch gezeichnet. Hier, Gegenbewegung, Gegenbewegung, Gegenbewegung. Das ist mir zu viel Überschneidung. So sieht das doch nicht aus, wenn die Bock haben. Also das ist irgendwie nicht so der Burner. So sieht das aus, wenn die Bock haben irgendwie. Also wenn es irgendwo eine starke Bewegungsrichtung ohne große Gegenwehr eben ist. Auch hier gilt grundsätzlich die Zone, die ich ja jetzt schon so häufig genannt hatte die letzten Tage. Da hat sich nichts dran geändert. Das ist zwar hat noch ein bisschen Potenzial nach oben, aber auch das ist begrenzt. Also insofern für Intraday Trader, wenn sich jetzt so ein Bild dann doch nochmal ergibt. Also nehmen wir mal an, das bleibt zwar hier vorne doof, aber das ist noch doofer. Das ist eine ganz komische Wortwahl. Aber es ist hier noch korrektiver nach unten. Also noch auffällig schwächer. Dann kann man sagen, naja, wohl die Fortsetzung doch wohl eher nochmal. Und dann hätten wir zumindest mal Platz da oben nochmal von mir aus 32.330 irgendwie sowas hier zu sehen. Also da nochmal die alten Hochs, die wir jetzt hier hatten, nochmal anzusteuern, finde ich dann ja in Ordnung. Also das ist die Hausaufgabe für euch Liebhaber, wenn ihr ein bisschen Spaß selber am Markt habt. Für die etwas Übergeordneteren, die sagen, ja, Rudiger soll ich schon kaufen oder nicht. Na, von Säulen kann ich die Rede sein, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, in dieser Zone da oben, wo wir eh ja mit Widerstand rechnen und das bei der Begeisterung, die wir aktuell im Moment im Markt zeigen, finde ich das nicht so sicher und sinnvoll jetzt da einen Einstieg zu wagen. Da würde ich definitiv bevorzugen, auch auf den größeren Ebenen nochmal warten, gucken, ob er hier wirklich durchgeht, beziehungsweise ob wir nicht nochmal einen günstigeren Einstiegskurs kriegen. Denn ein Rücksetzer muss ja nicht gleich ganz schlimm sein, wenn er jetzt hier irgendwie sowas fabriziert in den nächsten vielen Stunden. Dann wäre das ja das Gleiche wie hier in einer Nummer größer und würde uns ja wieder Chancen nach oben bieten, so wie wir es ja hier auch hatten. Das, dann dreiwellig runter und die Chance nach oben. Und wer jetzt sagt, warum dann nicht hier schon, dann können wir doch jetzt immer noch einsteigen, ist doch noch in der Nähe. Naja, die nächsten Ziele sind halt da schon sehr nah und wenn wir so einen Einstieg haben, dann sind die nächsten Ziele halt deutlich weiter weg. Das heißt, ich habe viel weniger Risiko für den Einstieg, selbst wenn er dann ein bisschen höher wäre, habe ich weniger Risiko für den Trade und mehr Gewinnerwartung, die dann noch übrig ist. Gucken wir abschließend nochmal auf den DAX, denn der ist ein bisschen anders unterwegs. Wenn ihr uns das mal hier anguckt, gehen wir ruhig auch auf den Future-Kontrakt, ich habe hier sogar noch eine alte Zeichnung drin. Da sind wir noch in diesem Korrektivmodus, das ist noch die Zeichnung von gestern, da hat sich nichts wirklich dran verändert. Und er hat tatsächlich in den letzten Stunden, das ist heute Mittag gewesen, hat er diese Box erreicht, die ja nicht so abwegig war. Das war jetzt kein Versprechen, dass er die erreicht, bitte geht jetzt nicht davon aus, Mensch, der kann das immer vorhersagen. Nein, aber es wäre halt so ein typisches Ding, das hat er jetzt abgefrühstückt und damit ist der DAX eigentlich in der Lage, jetzt wieder zu drehen und jetzt die nächsten Stunden nach oben zu gehen und vielleicht sogar direkt schon weiter. Und wer jetzt sagt, das kann ich mir nicht vorstellen, dass DAX und amerikanischer Markt unterschiedlich unterwegs sind, dann vergleicht doch mal die letzten Kurse, die letzten Wochen, wie genau das übereinstimmt ist oder eben auch nicht. Aber es ist ja noch nicht gesagt, dass das jetzt schon der massive Anstieg ist. Es bietet sich allerdings hier zumindest mal die Chance, dass wir wieder in die Nähe des Trennkanals kommen. Je nach Höhe ungefähr sind es 13.000 niedrige, also unter 300, vielleicht auch über 300, je nachdem wie schnell das passiert. Und dann kann man ja sehen, ob er durchgeht oder ob er so einen Einmalschwung kann. Gar nicht noch, bevor ich dann tatsächlich durchstarte, vielleicht so wie die Amerikaner, die diesen einen Schwung nach unten eben nochmal brauchen. Noch kann der DAX ja auch auf der Stelle treten, hier nochmal ein bisschen runter eiern, auch das wäre ja möglich. Käufe also auch beim DAX, noch nicht so richtig der Burner, insbesondere wenn ich hier im 5-Minuten-Chart gucke, finde ich auch das noch ganz schön korrektiv. Warum? Weil wir hier Gegenbewegungen haben, die alle überschneiden. Das ist nicht gute Laune-Kurs. Das ist etwas, wo man sagt, man könnte ja schon, wenn man dann wölte. Das ist noch nicht so richtig überzeugend. Also zusammengefasst, der Markt ist in einer Warteposition. Ich sehe es noch nicht, dass der Markt jetzt schon die Überzeugung bringt, dass er durchstarten will. Natürlich kann es jederzeit jetzt losgehen. Deshalb für die, die auch intraday mal gucken, achtet auf eine scharfe Bewegung nach oben. Verpasst die. Seid da nicht traurig, sondern freut euch, dass ihr sie seht. Dann könnt ihr den nächsten Rückwärtssitzer, so wie ich sie eingezeichnet habe, dann entsprechend nutzen. Und wenn er das doof macht, wenn ihr sagt, ich sehe das da nicht, dann lasst lieber die Finger davon, denn der Markt ist aktuell noch nicht in irgendeiner Überzeugungsstimmung, wie ich finde zumindest mal. In diesem Sinne, euch jetzt für heute Nachmittag erstmal alles Gute, toll, 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 ganz liebe Grüße.